Jetzt kommt der Gasherd. Einfach auf große Flamme drehen. Der vordere ist der vordere und der ist der vorne. Wir drücken einmal den Knopf, halten den gedrückt, drücken dann die PIT-Zündung, lassen los, halten aber den Knopf noch gedrückt, warten ganz kurz und fertig. Man kann klein stellen, man kann es natürlich auch ausstellen, wenn man ausgestellt hat und der Bereich relativ ausgekühlt ist, die Klappe wieder schließen und nicht im geöffneten Zustand. Und zu guter Letzt, falls ihr das Video nicht verstanden habt, gibt es hier oben in der Ablage eine Tasche. In allen Büchern, die es gibt, das heißt, da kann man es nur noch mal nachlesen. Wenn das nicht funktioniert, dann kann man natürlich im Internet noch recherchieren und wenn das nicht funktioniert, könnt ihr mich auch anrufen.